Also dieses Modell lässt sich besonders schön wählen, das ist das neue Kado FS, wie ihr seht, und zwar haben wir hier ein extrem leichtes Fully, weil Ghost baut auf Leichtbau, die kommen aus dem Weltcup, die haben einen Weltcup-Sieg nach dem anderen, fahren die ein, so wie im Cross Country, als auch im Downhill muss man dazu sagen, und ich selber kam ja auch aus dem Cross Country Bereich, das heißt Schnelligkeit und Leichtigkeit und Steifigkeit ist da auch wichtig, und insofern haben wir hier ein wunderschönes Teil mit dem Kato, was einfach einen Top-Grundpreis hat, alle Features, die man braucht, kommt einfach vorbei, testet die Dinge, dann macht euch euer eigenes Bild, ich kann nur sagen, Ghost ist dieses Jahr Testzieger geworden, wir haben die Testzieger-Bikes mit dem leichtesten Gewicht, also kommt vorbei und schaut euch das an.